Sehen Sie, alle Menschen sind fruchtbar, sowohl dem Leibe als der Seele nach. Und wenn sie ein gewisses Alter erlangt haben, strebt unsere Natur danach zu erzeugen. Erzeugen aber kann sie in dem Essling nicht, sondern nur in dem Schönen. Dies aber ist eine göttliche Sache. Und in dem Sterblichen etwas Unsterbliches, die Empfängnis und die Erzeugung. So geht die Liebe gar nicht auf das Schöne, sondern auf die Empfängnis und Geburt im Schönen. Weil eben die Erzeugung das Ewige ist und das Unsterbliche, wie es im Sterblichen sein wird. Guten Appetit!